Regelmäßige Bewegung Wer Sport treibt, ist motorisch gesehen im Schnitt 10 Jahre jünger als ein Bewegungsmuffel. Das zeigt eine Auswertung der Langzeitstudie Gesundheit zum Mitmachen. Sport macht nicht nur fit, sondern auch jünger, das ist das Ergebnis einer Studie des Karlsruher Instituts für Sport und Sportwissenschaft des Karlsruher Instituts für Technologie, KIT. Diese untersuchte unter anderem aktive und nicht aktive im mittleren Erwachsenenalter. An unseren Daten sieht man, der 50-jährige Aktive ist so fit wie der 40-jährige Inaktive, erklärt Prof. Klaus Böes, der die Studie gemeinsam mit Alexander Wolke koordinierte. Außerdem lasse sich feststellen, dass mit fortschreitendem Alter zwar die Sipperlein zunehmen, die Gesundheitssportler seien allerdings deutlich seltener betroffen. Wer weniger als zweieinhalb Stunden pro Woche sportlich aktiv ist, erkranke zudem beispielsweise viermal so häufig an Diabetes. Insgesamt zeige sich, dass die körperliche Aktivität der Probanden über die Jahre zwar zugenommen habe. Noch nicht mal die Hälfte erreichten jedoch die aktuellen Bewegungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, WHO, von zweieinhalb Stunden wöchentlich. Für die Studie werden seit dem Jahr 1992 in Schönborn, Kreis Karlsruhe, rund 500 Frauen und Männer zwischen 35 und inzwischen 80 Jahren begleitet. Die Studienteilnehmer werden alle paar Jahre auf Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer oder Feinmutterig getestet. Außerdem werden dabei etwa Blut- und Körperfettwerte sowie auch das seelische Wohlbefinden ermittelt. A. C. D. M. N. S.